Hallo und herzlich willkommen bei Metalworks TV. Die Corona-Pandemie hat ja so einiges durcheinandergewirbelt, aber sie hat ebenso für neue Impulse gesorgt. Da nämlich sämtliche Messen verschoben werden mussten, haben wir uns von Metalworks TV überlegt, dass wir einfach unsere eigene Messe bauen, und zwar virtuell. Mit der Website metalworks-messe-online.de haben wir eine Plattform erschaffen, auf der Firmen aus der Metallverarbeitung in Industrie und Handwerk ihre Produkte und Neuheiten ganz nach Belieben ausstellen können. Wie auf einer richtigen Messe eben. Ja und heute nehme ich euch mit auf den Messestand des Anlagen und Filtertechnik-Herstellers Theka. Wir sind jetzt auf dem Theka-Messestand und hier könnt ihr euch durch die verschiedenen Produkte durchklicken. Wenn wir in diese Richtung gehen, so kommen wir zu Thekas mobilen Absaug- und Filteranlagen und das schauen wir uns jetzt an. Klickt ihr auf das I, so gelangt ihr automatisch auf die Theka-Homepage und erhaltet alle Infos zum Produkt. Ja und außerdem haben wir ja auch schon ein Video zum Bereich gedreht und das könnt ihr ebenfalls anklicken. Ja und dann sehen wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Hier in der Ecke steht die Vacube, eine Hochvakuum-Absaug- und Filteranlage. Das Icon führt euch direkt zur aktuellen Preisliste und ein Video von uns könnt ihr auch anklicken. Und hier kommen wir zur Theka Airtag. Hinter dem I ist ein Video hinterlegt, das ihr euch anschauen könnt. Ja und wie ihr seht, die Messe ist also nicht nur virtuell, sondern auch multimedial. Das war nur ein kleiner Rundgang, doch es gibt wesentlich mehr zu entdecken hier auf dem Theka-Stand. Klickt doch einfach mal rein und schaut euch um auf metalworks-messeonline.de und dann geht's um Video hin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.